Hola, hallo, heute am sonnigen Freitag in Puerto und ich bin mal heute, das Wetter ist herrlich heute, ich bin hier wieder in der Badenlandschaft heute. Schaut mal, die Fontäne ist an, das sieht doch herrlich aus, ne? Die schießt in die Höhe, so schön. Und die hier ist ja renoviert worden, ich glaube bestimmt zwei Monate und seit ein paar Tagen ist sie wieder auf. Ja, schaut mal, viel ist hier nicht los. Hier sind ja überall so schöne Ecken, wo man sich ein bisschen verstecken kann, wenn man so ein bisschen Schatten braucht, habe ich auch gefunden. Ich möchte nicht ganz so in der Sonne liegen. Ja. Sieht doch recht gemütlich hier aus, ne? Schöne Blümchen, die Palmen sind zu bewundern. Und dann, hier in meinem näheren Umfeld, da vorne liegen noch so ein zwei, ein klein älteres Ehepaar. Im Wasser sind zwei und ich vermute, das Wasser wird hier erst aufgefüllt heute, denn die sind ja gerade mal bis zu den Knien im Wasser. Also ich war ja schon öfters hier, normalerweise kann man da schon schwimmen, um den Punkt, wo die jetzt sich befinden. Naja gut, dann gibt es heute Frischwasser. Sieht doch herrlich aus, ne? Wie das Wasser nach oben schießt. Oh, ich freue mich. Hier, wie gesagt, ich habe alles mit. Sonnenbrille. Hier, schaut mal. Ich habe hier so einen kleinen Sonnenschirm, den kann man an der Liege befestigen. Was habe ich da noch? Meine Sonnenbrille. Hier habe ich gerade so ein bisschen Avocado-Creme gegessen. Mit ein bisschen Weißbrot. Ja. Mein Wasser ist da. Hier ist mein Sonnenhut. Ja, so sieht es heute aus. Wie gesagt, strahlend blauer Himmel und es wird von Tag zu Tag wärmer hier auf Teneriffa. Jetzt ist es ja noch recht früh. Ich glaube, wir haben so um die 11 Uhr. Aber ich vermute mal, das Ganze wird sich nachher schon füllen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich ins Wasser, aber wenn ich sehe, ja, dass das Wasser im Moment noch nicht mal Kniehöhe hat, dann warte ich noch ein bisschen. Hier, habe ich mir ein Buch mitgenommen, werde ich was Schönes lesen. Ja, und die Aussicht und den Tag hier heute genießen. Ja. So, das war es erstmal von mir. Dann lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Und, ja, und ja, war ich einfach so, ne? Okay. Bis dann, ne? Tschüss. Schönen Tag für euch.